Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um Ethernet. Ich habe euch schon mal ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Es benutzt CSMA-CD, es benutzt persistentes CSMA-CD. Das geht deswegen, weil wir hier eben diesen exponentiellen Backoff und dieses CD benutzen können. Und ja, wie gesagt, es benutzt auch noch exponentiellen Backoff. So, jetzt hat Ethernet natürlich noch ein paar mehr Eigenschaften und wir wollen uns mal drum kümmern, was da so passiert. Eins davon ist das Jamming-Signal. Das Jamming-Signal signalisiert allen anderen, hey, hier gab es eine Kollision, bitte, was auch immer du machst, mach einen exponentiellen Backoff und schick deine Daten nochmal, hier ist irgendwas schiefgegangen. Wie gesagt, wir befinden uns hier in einer Bus-Topologie, weil wenn wir nicht im Bus wären, so wie zum Beispiel hier, dann hätten wir keine Möglichkeit, dass es überhaupt eine Kollision geben könnte. Weil, schauen wir uns das mal genauer an. Das Ding sendet irgendwas, da gibt es keine Kollision, zumindest nicht, wenn es Vollduplex ist. Wenn es Halbduplex ist, ist das schon mal ein bisschen was anderes wieder. Ähm, aber Halbduplex, wie gesagt, wird eigentlich heutzutage auch nicht mehr eingesetzt. Und deswegen nur ganz kurz zu Ethernet, wie es im Standard drin steht. Aber, ähm, ja, früher gab es hauptsächlich Bus-Topologie oder Halbduplex, deswegen damals gab es Kollisionen. Heutzutage eigentlich eher weniger, aber ich glaube, es ist trotzdem relativ wichtig, wie dieses ganze Dings funktionieren könnte. WiFi funktioniert ziemlich ähnlich. Ähm, die ganzen Bluetooth, etc., die ganzen Wireless-Standards, all die Sachen funktionieren tatsächlich so. Okay, also, nicht genau so, aber relativ ähnlich. Wir haben ein Jamming-Signal. Ein Jamming-Signal bedeutet, ich signalisiere allen anderen Teilnehmern auf meinem Bus, dass hier gerade eine Kollision passiert ist. Und das sind einfach 48 mal, äh, 48 Bit lang, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 und so weiter und so fort. 48 Bit lang. Das heißt, insgesamt, ähm, haben wir 24 mal eine 1-0-Folge. Also, ja, 24 mal 1-0 hintereinander. So, ähm, und jetzt haben wir noch ein paar andere Sachen. Eine Ethernet-Dateneinheit. Dateneinheiten sind irgendwie so eine Sache, die muss man entweder auswendig lernen oder man braucht sie nicht. Ähm, aber trotzdem ist es mal ganz interessant, wenn man sie sich angucken kann. So, ich habe euch das mal ganz grob aufgemalt, wie so eine Ethernet-Dateneinheit aussieht. Ähm, wir haben hier vorne eine Präambel zur Synchronisierung. Das sind einfach nur insgesamt 7, ähm, Achtung, wir reden jetzt ab sofort über Byte, weil Ethernet hat Bytes als Dateneinheit. Also 7 Byte tatsächlich, 7 mal 8 Bit, also 56 Bit lang, 1-0, 1-0, 1-0, immer abwechselnd. Das heißt, sogar länger als das Jamming-Signal. Ähm, ja. Das heißt, wir signalisieren durch diese Präambel gleichzeitig noch, hey, hört auf zu senden, hört auf zu senden oder sendet jetzt nichts mehr. Das ist quasi dasselbe, was das Jamming-Signal möchte. Okay, danach haben wir einen sogenannten Delimiter. Da wusste ich nicht, wie ich den abkürzen soll, deswegen steht er in den Folder. Ähm, heißt auch Start of Frame Delimiter. Der zeigt mir den Anfang von meiner, von meinen Daten tatsächlich an. Ähm, das ist damit wir synchron werden. Also das sind abwechselnd 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Das ist tatsächlich nur ein Byte lang, ähm, damit man weiß, dass es jetzt dann losgeht mit der Dateneinheit. Denn wenn vielleicht gerade jemand einfach nur anfängt, irgendwann mal zuzuhören, dann erkennt er das Ding nicht. Und, ähm, bei dem Delimiter haben wir sozusagen, oder bei der Präambel fangen wir an zuzuhören. Dann wird dann synchronisiert. Ah, okay, jetzt haben wir eine 1, jetzt haben wir eine 0. Das ist wieder mal in unserer Schicht 1 drin. Ähm, dadurch bekommen wir sozusagen unseren Takt zurück und alles drum und dran. Und wissen, ah, jetzt fängt dann demnächst irgendwann mal was an. Das ist, wie gesagt, nur zum Takt zurückgewinnen und alles drum und dran. Und hier sagen wir, okay, jetzt fängt dann die Dateneinheit an, ähm, mit diesen zwei Einsen am Ende. Weil das ja irgendwie das Muster durchbricht von diesem 1, 0, 1, 0, 1, 0. So, DA steht für Destination Address oder auch Zieladresse genannt. Das ist einfach die MAC-Adresse. 6 Byte hat das Ding. Ähm, genauso wie die Source-Adresse. Das ist auch genau einfach die Quelladresse, wo die Daten herkommen, damit man auch weiß, wo man eine Antwort zurückschicken kann. Und die sind eigentlich relativ unspannend. Ähm, dann der Typ. Ähm, der Typ sagt, oder ist es mittlerweile eigentlich ein missbrauchtes Feld. Früher war es mal das Format von unserer Dateneinheit. Also zum Beispiel, ähm, benutze ich jetzt oben drüber als nächstes Protokoll IP oder was benutze ich. Aber das brauchte man irgendwie nicht mehr so wirklich. Heutzutage wird es eigentlich eher als Länge verwendet. Also ich schreibe mal hier eigentlich eher Länge hin. Ähm, Länge deswegen, damit wir wissen, wie lange sind denn meine Daten. Und wann, äh, ja, wie lange sind meine Daten, damit ich weiß, wie viel muss ich dann hier tatsächlich interpretieren. Ähm, das heißt, wir wissen auch, wie viel oder was da hinten dran ist Padding. Und das steht für Padding. Pad. Ähm, das heißt, wie viel habe ich aufgefüllt, damit meine Dateneinheit voll wird. Weil man muss ja nicht, ähm, volle Daten schicken, sondern man kann einfach sagen, ich höre jetzt hier auf zu senden. Und da muss ich aber auffüllen hier hinten dran. So, ähm, die Daten selber müssen weniger als 1500 Byte sein. Aber insgesamt muss eben dieser Bereich hier 64 Byte mindestens sein. Und wenn ich hier eben sehr, sehr wenige Daten, wie gesagt, nur sende, dann muss ich hier mit einem Padding auffüllen. Und deswegen hat man sich hier gedacht, okay, ähm, ich schicke die Länge meiner Daten einfach vorne dran mit. Dann kann ich besser identifizieren, ob da jetzt noch ein Padding dran steht. Denn manche, äh, Ethernet-Dateneinheiten sind einfach komplett leer. Also keine Daten drin, die sind nur dazu da, ob ich, äh, um einfach mal zu gucken, hey, reagiert der noch, kriege ich noch eine Quittung von dem sozusagen. Also hört der überhaupt noch auf mich oder geht da schon alles schief. Ähm, das heißt, manche Einheiten sind leer und dann müsste eigentlich das Padding voll sein. Aber der Empfänger weiß ja nicht, ob das jetzt Padding oder ob es Daten sind. Und deswegen hat man sich angewöhnt, vorne dran eben die Länge der Daten noch mit anzugeben. Gut, wie gesagt, die Daten selber bis zu 1500 Byte dürft ihr mitschicken. Und, äh, Padding braucht ihr nur, wenn dieser Teil hier kleiner als 64 Byte ist. So, und am Ende kommt eine sogenannte Frame Check Sequence, FCS Frame Check Sequence, ähm, äh, die das Ganze einfach überprüfen soll. Also nichts Besonderes. So, ähm, jetzt, was macht Ethernet auf dem Kanal selbst? Es teilt ihn wieder mal auf in Zeitschlitze. Aber nicht so große Zeitschlitze, sondern nur minimale Länge. Also, das heißt, ich habe hier vorne 7 Byte, ich habe hier 1 Byte und das hier müssen mindestens insgesamt 64 Byte sein. Das heißt, wir haben eine minimale Länge von insgesamt 64 plus 8, also 72 Byte. Und, äh, das ist auch genau die Länge von unseren Zeitschlitzen. Ähm, und warum brauche ich diese minimale Länge auch? Nehmen wir jetzt einfach mal an und jetzt wird es ein bisschen mathematisch, äh, wenn ich es schaffe, hier zu schreiben. So, wir nehmen jetzt einfach mal unsere 72 Byte an, 72 mal 8, damit wir es in Bit haben. Achso, nein, halt gelogen, ähm, der Delimiter und die Präambel zählen gar nicht rein in unsere Paketlänge. Das ist nur der Teil hier hinten, also 64, äh, ja, 64 ist die minimale Länge, sorry, da habe ich mich gerade vertan. 64 Byte, das heißt, wir sind bei einer Sequenz, äh, von, das sind Byte, von insgesamt 512 Bit. Ähm, also 64 mal 228, nochmal mal 2, 256, nochmal mal 2, sind wir bei 512. Kann man kurz im Kopf rechnen, wenn man möchte. So, bei 512 Bit, jetzt, warum 512 Bit? Wir nehmen jetzt einfach mal an, wir haben normales Ethernet, das waren 10 Megabit die Sekunde. Also 10 Mbit pro Sekunde. Das heißt insgesamt 10, äh, ja, das heißt einfach insgesamt, ich habe eine Dauer, äh, beziehungsweise ich habe eine Länge auf meinem Kanal von 51,2 Mikrosekunden. So, jetzt muss ich Mikro suchen. Also 51,2 Mikrosekunden auf, ähm, meinem, meinem Kanal tatsächlich braucht meine minimale Dateneinheit. Das heißt, so lange brauche ich auf jeden Fall, ähm, so viel Platz ist dann auf jeden Fall auf meinem Kanal quasi belegt. Und jetzt kann ich mit meiner Ausbreitungsverzögerung, also mit meiner Verzögerung in meinem Medium drin berechnen, wie weit kann ich denn, oder wie lange darf denn hier ungefähr meine Leitung sein. Denn ich muss ja irgendwie davon ausgehen, dass, also es wäre ja geschickt, wenn meine Dateneinheit hier beim Empfänger ankommt und bevor sie, also wenn sie fertig ankommt, dann erst darf ich aufhören mit Senden. Warum mache ich das so? Naja, damit ich, ähm, 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 also die brauchen jetzt einfach ihre, was hatten wir gesagt, 51,2 Mikrosekunden auf jeden Fall auf der Leitung. So, jetzt kann man sich das Ganze umrechnen und, ähm, man kommt da drauf, dass meine Dateneinheit, also meine kleinste Dateneinheit hat auf jeden Fall die Länge, ähm, wenn ich mir die Ausbreitungsverzögerung angucke, das muss ich jetzt mal wieder hier unten mathematisch machen, ähm, auf unserer Leitung wird sich bewegt mit insgesamt zwei Drittel der Lichtgeschwindigkeit. Also, zwei Drittel Lichtgeschwindigkeit, ähm, zwei Drittel mal Lichtgeschwindigkeit, also C. Und das sind ungefähr, ähm, eine 2 mit 8 Nullen. So, ähm, das ist meine Geschwindigkeit in Metern pro Sekunde auf meinem Kabel. So ganz grob kann man sich da dran orientieren. So, und jetzt möchte ich auf jeden Fall haben, dass meine minimale Paketgröße die Möglichkeit hat, einmal zum Empfänger und wieder zurückzukommen, von der Zeit her gesehen. Ähm, so. So, das heißt einmal hin und wieder zurück. Warum hin und wieder zurück? Naja, wenn der hier anfängt mit senden und der hier drüben, der zweite, fängt unglücklicherweise genau da an zu senden, oder ganz, ganz knapp davor an zu senden, bevor die Dateneinheit bei ihm ankommt, in rot jetzt hier, das kann man nicht richtig erkennen, äh, nehmen wir was anderes, nehmen wir, nehmen wir grün. Ähm, dann brauchen wir tatsächlich die Zeit, wir müssen hier auf jeden Fall noch am Lesen sein. So, ähm, äh, wir müssen hier noch am Senden sein. Und wenn wir senden bei CD, bei Collision Detection, dann lesen wir auch noch, aber wenn wir aufhören mit senden, dann hören wir auch auf zu lesen. Das heißt, wir müssen noch am Senden sein, wenn meine Dateneinheit einmal da hingekommen ist und wieder zurück, denn wenn meine Dateneinheit, ähm, ja, es ist sozusagen einfach der Worst Case, den man so mathematisch errechnen kann, also im allerschlimmsten Fall, länger kann es auf keinen Fall brauchen, ist meine Dateneinheit gerade fast bei dem Sender, äh, bei dem Empfänger angekommen und der fängt gerade dann an, was zu senden. Zur Vereinfachung sagen wir jetzt mal, sie ist gerade bei ihm angekommen. Denn wenn sie schon weitergezogen wäre, zum Beispiel hier, dann würde er nicht senden, weil er eine Kollision, äh, finden würde. Aber im schlimmsten Fall fängt er quasi fast genau an zu senden, wenn die Dateneinheit bei ihm ist und ich kann das frühestens merken, wenn seine Dateneinheit bei mir wieder ankommt. Und deswegen muss, ähm, die Ethernet-Dateneinheit mindestens so lange auf der Leitung brauchen, wie zweimal, also einmal hin und wieder zurück. Das heißt zweimal diese, diesen Abstand hier. Und dadurch ergibt sich dann auch eine gewisse Segmentgröße, also länger darf ich nicht senden. Ähm, insgesamt haben wir da 200.000 Meter pro Sekunde und wir sind mit unserer minimalen Dateneinheit 51,2 Mikrosekunden unterwegs. So, jetzt rechnen wir das mal kurz um. Wenn wir hier Mikrosekunden haben, dann haben wir insgesamt durch 1000 geteilt, also 0,0512 Millisekunden. Und wenn wir das nochmal durch 1000 teilen, also nochmal drei Nullen hier reinpacken, dann sind wir insgesamt bei, hier, Sekunden. So, jetzt haben wir also hier 200.000 mal eine sehr, sehr kleine Zahl. Dann würde ich euch einen Taschenrechner empfehlen. Da kommt man dann ganz, ganz grob bei circa 10 Kilometern raus. 10 Kilometer ist verdammt weit und sehr, sehr, ja, wirklich abartig weit. Aber man muss ja auch noch davon ausgehen, ähm, dass irgendwelche Verzögerungen drin sind. Vielleicht bekomme ich nicht meine vollen 10 Mbit die Sekunde. Vielleicht ist die Leitung ein bisschen langsamer. Und deswegen hat man sich festgelegt auf insgesamt 2,5 Kilometer, sozusagen 25 Prozent von dem, was tatsächlich hier passieren kann. Also 2,5 Kilometer länger darf ein Ethernet-Kabel nicht sein, weil man davon ausgeht, dass sonst diese minimale Dateneinheit hier nicht ausreicht. Bei Glasfaser ist es deutlich länger, aber ich glaube, ihr versteht die Idee dahinter. Ähm, vielleicht muss man auch mal mit langsamer Ausbreitung und so weiter rechnen. Also je nachdem. Ähm, und man braucht auch Repeater zwischendrin. Man braucht ab 500 Metern Repeater. Das heißt, wir haben insgesamt maximal vier Repeater, also fünf Segmente. Und jedes Segment hat 500 Meter bei Ethernet. Also Segment 500 Meter, vier Repeater. Das heißt, ein Repeater verstärkt mein Signal wieder, falls es zu schwach wird. Und insgesamt komme ich auf meine 2,5 Kilometer. Und der Repeater, der braucht auch noch ein bisschen Zeit. Deswegen haben wir das, äh, auch unter den Tisch geschlagen. Man hat auch noch die Präambel und den Delimiter unter den Tisch geschlagen. Und deswegen hat man einfach gesagt, okay, wir vierteln das ganz grob. Das kommt ganz gut hin. Damit auch wirklich meine Dateneinheit einmal hin und wieder zurückkommt. Und ich auf jeden Fall die Möglichkeit habe, eine Kollision zu detektieren. Also zu erkennen. Und dann, also nicht, dass hier irgendwie diese Dateneinheit, äh, hört hier auf. Und es reicht einfach von der Zeit nicht mehr. Ähm, so dass ich hier eigentlich schon fertig gesendet habe. Und ja, das wäre sehr ungünstig, weil dann würde ich einfach keine Kollision mehr finden, weil ich aufhöre zu lesen. Aber wenn meine Dateneinheit, wie gesagt, einmal zum Ziel und wieder zurückkommen muss, einfach von der Zeit gesehen, ich brauche einfach so lange zum Senden, dann kann ich auf jeden Fall meine Kollision auch finden. Gut, das war jetzt ziemlich krasse Sache heute. Ähm, man muss auch darauf achten, wo sogenannte Kollisionsdomänen sind. Das heißt, wenn ich hier was losschicke, ähm, dann muss das natürlich nur innerhalb meiner Kollisionsdomäne irgendwo tatsächlich auch wieder zu einer Kollision führen können. Ansonsten interessiert mich das nicht mehr. Aber zu den Kollisionsdomänen machen wir nächstes Mal ein separates Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst jetzt ungefähr, warum man das getan hat, was man tut. Hauptsächlich wegen der Rechnung hier unten. Und dadurch hat sich eben auch das Design für diese, ja, was heißt Design, aber die Struktur für die Ethernet-Dateneinheit ergeben. Gut, ähm, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.